sich selbst treu zu sein ist gleichzeitig so einfach und so schwierig diesen Moment zu fühlen, jeden Augenblick in sich aufzunehmen das Leben ist kein Ergebnis das Leben ist ein Prozess sei du selbst und genieße diesen Moment denn dieser Moment ist dein Leben in unserer extremen Zeit in der das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel steht ist es sehr wichtig dass das Wissen der Engel und hellen Geister so schnell wie möglich in der ganzen Welt verbreitet wird und tausende von Menschen erreicht so können wir die Zukunft der gesamten Menschheit verändern deshalb wenden wir uns an dich geliebte Seele des Lichts verbreite das Wissen über unsere weisen Bücher und Filme teile Links zu Videos oder Zeichentrickfilmen all dies ist verfügbar und kostenlos lade Frauen zu individuellen Praktiken Webinaren und Seminaren ein und der große Geist des Lichts wird dir und deiner Familie helfen er wird eine enorme Menge an Energie lenken um all deine Wünsche zu erfüllen die hellen Geister und Engel werden dir und deinen Lieben in allen Angelegenheiten helfen ein Strahl des Lichts und der Liebe von deinem Herzen erreicht die Herzen suchender Frauen und die Schaffung Verbreitung des Guten und die Verbreitung des hellen Wissens in die ganze Welt beginnt werde Teil der hellen Mission hilf den Menschen und Gott wird dir helfen Musik 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 Musik